so weiter geht heute mit der hypercar time attack series ja auch wieder hier drei rennen die uns jetzt anstehen schauen wir mal los gibt's so bugatti koenigsegg agera ferrari evo und den nehmen wir heute auch so vier runden anfang mit christian valley 2,89 kilometer lang ist diese strecke und die type attack bedeutet halt wieder auch einfach die schnellste runde fahren hier sind wir nun mit der ersten runde christian was denkst du ist richtig hier geht es nur um zeit Ich kann nichts machen, ich kann nicht an diesem Kampf probieren, aber das ist auch der erste, die wir nicht mehr zu folgen. Ach komm schon. Die Runde ist durch die Kiefer im Arsch. Während ich jetzt an meinem Teamkollegen dran klebe. Das wird leider nicht als Runde gewertet. Wir haben leider noch keine Zeit. Hier noch 16. Aber warum haben sie mich dann schön weggeschoben? Heute wird es 3 rennt. Dann gehen sie zu den letzten Tagen. Ich hatte nur 3, jetzt mal einer mehr. Ach komm schon, ich habe doch gar nichts gemacht, ey. Das ist wieder eine Runde gestrichen. Also die wollen nicht, das ist jetzt gerade keine Zeit. Eigentlich klar die besten Runden haben wir hier. Die werden nicht gewertet. So, Hunde 3, jetzt muss noch eine Runde gestrichen werden. Wieder nur 16. Immer nur 16. Die nächste war das 1 zu 1. 3. 1! 1! 1! 1! 2! 1! 1! 2! 2! 2! 3! 2! 2! 2! 1! 3! Das ist so schön, ja. und ich glaube die haben ja ja die haben zwei sekunden verbessert es hat gepasst nämlich mich noch ein bisschen schleppen dies passte da am ende sehr gut 1 auf 4 ich weiß dass die nur in 50er zeit die hätte gereicht aber ich schön rausgerutscht und immer wieder nehmen die strecke nicht die sauberliche strecken durch erst zwei runden gestrichen und dann hat es gepasst gott sei dank mit den letzten beiden gott sei das jetzt nicht nur zwei runden gewesen sonst wären wir nicht jetzt sind da reingestartet so wie beim letzten event schon na gut renne nummer 2 und jetzt geht es weiter mit separat international circuit und 2,7 kilometer länge wieder time attack klar haben wir uns wieder vier runden also dann kristen was meinst du als co-moderatorin dieser packenden grid world series und experten für alles was motorsport betrifft so auf sieben starten los aber jetzt ist es nicht so wie sich heute zu holen sondern einfach nur erstmal eine halbwegs vernünftige runde zu kriegen der regen wird sich nicht einfach anmachen das ist nicht so weit raus da wollte er ja die 50 da wieder die 3 aber diesmal lasse ich euch ja nicht so hewig dahin da jetzt versuche ich mich auf den agera schleppen die runde mit ja die nächsten beiden autos sind die neuen spitzen fahrzeuge und die haben momentan so keine doppel führung die hat sich gerade erledigt da ist mir jetzt einer vorgefahren ja die heute aber wir haben immer eine neue bestzeit gebracht hier rausklauen ja das weiß ich nicht mehr ab 9,61 das ist die momentane loszeit ich hoffe das du jetzt auch noch mal ein bisschen was nach der kollektik kommt der wege da hat man ihn kurz und da ist auch da jetzt nicht mehr zu ziehen ja ja so ich würde mich jetzt äh ich habe jetzt erledigt Wir haben ja zwei Autos, das ist ja wohl für sie gefilmt. So, und damit haben wir es. Das wurde noch mal eine neue Weltzeit. Nur mal nur 0,7 Sekunden. Eben war es nämlich die 59,1. Jetzt haben wir noch 58,4 rausgehauen. Also das. Und da mauerndammer. Und der Tico den nur 5 haben wir in der Sante. Es sind doch noch mal ein paar Autos dazwischen geschoben. Aber egal, diesmal reicht es. Diesmal ist es nicht wieder tragisch. So, die ersten zwei Ränder haben wir schon mal gewonnen. Das letzte gewinnen wir jetzt hoffentlich auch noch schnell. Time Attack ist eigentlich immer relativ easy. Man braucht sich eigentlich nicht auf den Ring kurz zu drehen. Sondern nur rein erstmal eine vernünftige Runde zu erwischen. So, und ich gehe davon aus, dass wir dann mit dem Level 34 durchkommen. So, jetzt haben wir noch mal Runtage. Und da starten wir von 3. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Christen, was denkst du gerade? Wenn man vom Punktestand ausgeht und davon wie das letzte Event gelaufen ist, habe ich so eine Ahnung, der gewidmet. Ich sag's Ding, oh, die Strecke wurde verlassen. Es könnte eine Straße geben. Das wird definitiv auch in die Streitstrafe geben. So, hier dürfen wir jetzt kein bisschen von der Fischere unterkommen. Und sonst gibt's ein bisschen die Zeitsstrafe. Jaaaa, okay, das hat noch gepasst. War noch. Setzt ist mir. Scheiße. Leider, das ist die Runde schon mal gestrichen worden. Wie ist sowieso da? Jaaaa, okay, das hat noch gepasst. Setzt ist mir. Leider, das ist die Runde schon mal gestrichen worden. Wie ist sowieso da? Da bin ich bis in das Rutschen gerade gekommen und bin auch schon da bei der Kollege neben mir. So. Also die erste Runde, wenn wir fettlos ausgehen, wenn man nur, kann man hier auf 16 landen. Ein bisschen über 15. Leider reicht's nicht. Ja, ja, ist sehr egal, die Zeit zu zwischen. Da müsste eigentlich noch ein Auto dabei sein, den ich mir vorhin da mitgenommen hab. Das sind dann ja zwei Autos ohne Zeit liegen. Wir fahren mal so was mehrere Autos. Wenn die noch zu Städte für Zwölfeln fahren, dann ja, ja, pendeln. Okay, der hat ja schon wohl eine Zeit. Also sind wir doch die einzigen Fahrer, die mir gerade eine Zeit zu strecken. Aber ich hoffe, dass das jetzt keine Manöverlüsse zu sagen. So, wir haben unsere zweite gesetzt. Ich sag immer gerade freundlich hallo. Ja, die Aktion vorher. So, als Gehör habe ich zumindest mal eine Position, Position 1 vorne. Wir haben danach noch eine Runde. Wir haben danach noch eine Runde. Ja, das ist noch eine bis zwei geht's. Dann dauert es dann 22 ein. die 20 als haben wir zwei sekunden dazu gepackt das gibt im ersten sektor schon mal nochmal eine neue biszeit Die Sonnzeit war negativ, aber die Sonnzeit hat uns festzahlt. So, jetzt habe ich 21 gedacht, aber habe ich jetzt gerade 21 von 19.03, dann haben wir nochmal noch mehr Zeit gesetzt. So, dritter, muss er geworden. Gut so. Das reicht vielleicht, um noch irgendwie als Bullion zu fahren. Mir wird es aber diesmal nicht vorbeikommen können. Ich habe 34, wie angekündigt. So, haben wir es. Leider nicht. Die zwei mit dem Königsack hier vorne, die waren dann doch ein bisschen zu schnell und zu stark für uns. Für so ein Teamkollegen. So, dann wollen wir feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann gibt es Hypercar Night Challengers. Dann sind es drei Rennen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.